und damit ein willkommen zurück zu des helder links awakening vor uns steht der nächste dungeon und dort werden wir jetzt hineingehen in der teufels villa wo kriegst du viele bomben ok ok komm ich glaube nicht rein so den fuß hier fertig wau 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 kusch dich Schau mal einer an. Oh je, es geht wieder mit Schlüssel weiter. Was ist mit Bomben? Nein. Oha. Das war mies. Ein Teil der Macht. So komme ich auch nicht weiter. Okay, merken wir uns mal. Ja, was drinnen sein können. Du hast eine Schutzeiche erhalten. Wow. Gehen wir mal nach oben rein. Scheint ein großer Dungeon zu sein. Und wir haben nochmal einen Schlüssel bekommen. Schön. Aktivieren wir das gleich mal. Sag dir was aber ohne ihren Schnabel. Verstehst du? Okay, brauchen wir erstmal einen Schnabel. Gehen wir mal nach rechts. Gehen wir mal nach rechts. Wo bin ich jetzt? Gehen wir mal nach rechts. Okay, ein weiterer Schlüssel. Scheint hier echt kompliziert zu sein. Scheint hier echt kompliziert zu sein. Okay. Moment! So, jetzt hier weiter gehen. Jetzt wollen wir hier weiter gehen. Was ist das? Kann ich die überhaupt besiegen? Ich glaube nicht. Schnabel. Fürchte dich nicht, lauf wie der Wind und fliege. Okay. 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 Let's give them our way, dog, come. Okay. Hey, 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 ich das groß hier. Wow. Wow. Bedächtige Stellen. Hmm. Okay. 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 Oh, okay. 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 Ja! Das wappen wir mal ab. Das wappen wir mal ab. Du hast doch recht Jawoll Das ist mir eins Schön Er ist aber nicht als Endboss gezählt, oder? Glaubst du weniger? Ich kann die nur einmal verschieben. Geput machen kann ich die auch nicht. Geput 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 Jetzt können wir da nur noch links Ich kann sie doch kaputt machen. Geput 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 Okay. 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 Die Rubine. Sehr schön. Okay. 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 Toll. Oh, das ist jetzt schon wieder fest. Okay, jetzt warte mal. Jetzt können wir das mal gucken. Oh, was wir am Anfang noch mal machen können. Wie komme ich da rein zum Beispiel? Da komme ich doch gar nicht rein. Oh. 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 Ah genau, jetzt kommen wir zumindest hier hin. Wow. Oh, ich will das scheiß Herz. Genau so. Oh. 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 Ich muss jetzt auch besiegen. Warte mal. Kann man noch ein bisschen tricksen? Ja. Warte mal. Du willst mir auch nichts. Ach man. Ich muss die zwei besiegen, oder? Ich muss die zwei besiegen. 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 Ich stehe mich jetzt komplett vor Kackeiern. Oh, das war ich jetzt. Ich habe keine Bomben. Das ist mir auch klar. Jetzt können wir ein paar Bomben looten. Dann passt das, oder? Dann probieren wir das nochmal. Ich glaube, so schlecht ist die Idee nicht. Oh, das ist ein paar Worte. Oh, das ist ein paar Worte. Was ist das? 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 Na also... Okay... Was ist das? 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 Was ist da oben drauf? Da oben ist auch noch was drauf. Okay! Super! Dann wissen wir ja Bescheid. Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe es hat auch Spaß gemacht! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Untertitelung. BR 2018